Vishama Ashtavakrasana ist eine Gleichgewichtsübung, eine Zweihandstellung, bei der du mit dem einen Arm den Ellbogen auf dem Boden hast und beim anderen Arm die Hand auf dem Boden. Ashtavakrasana ist ja eine Form der Seitkrähe und wenn du da bei den Ellbogen unten hast, das ist das Vishama Ashtavakrasana, welche sehr stark die Kraft der Arme fordert, auch eine Drehvariation ist und Gleichgewicht kultiviert.